Ich lege in BlueJay eine neue App an. Dann erscheint mein Geister Registrierungsgerät und Monitor. Hier ist der Bildschirm, auf dem man den aktuellen Kartenausschnitt sieht. Das sind vier ungenutzte Knöpfe. Das ist auch ein ungenutzter Knopf. Hier sieht man die aktuellen Koordinaten. Mit den Pfeilen kann ich meine Figur steuern, alternativ auch mit der Tastatur. Ich bewege mich jetzt ein bisschen rum, bis ich hier an die Grenzen des Schulgeländes stoße. Da gehen wir jetzt mal auf den Pausenhof. Und im Moment sehe ich null Geister in meiner Nähe. Wenn die App allerdings vom Server gesteuert, sagt Enter Creatures, tauchen um mich herauf, begleitet von einem akustischen Signal. Egal wo ich im Moment bin, sechs Geister auf. Die kann ich anklicken. Das sind Buttons. Im Moment passiert nichts, wenn ich draufklicke. Später würde man schauen, wie groß die Entfernung zur eigenen Figur ist und ob man ihn anfangen kann. Und wenn der Server nach einiger Zeit der App die Anweisungen gibt, die Geister wieder verschwinden zu lassen, dann gehen sie wieder und es sind wieder null Geister da.